Ein herzliches Hallo an diesem frühlingshaften Wochenende aus dem Lotto-Studio in Saarbrücken zur Live-Ziehung im Samstags-Lotto. Nachdem wir letzte Woche unseren sechsthöchsten Jackpot in der Geschichte von Lotto 649 mit rund 27 Millionen Euro ausgeschüttet haben, haben wir am Mittwoch dann wieder klein angefangen und heute geht es um 5 Millionen und um die Frauen, denn der 8. März ist Weltfrauentag. Der Aufsichtsbeamte und unser Ziehungsteam haben Geräte und Lottokugeln schon ordnungsgemäß überprüft. Wir sind komplett startklar. Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück! Tja, das Thema Frauen ist ein weites Feld. Alle lieben sie, aber keiner versteht sie. Widmen wir uns lieber den Lotto-Zahlen, da gibt es keine Missverständnisse. Hier kommt Lotto-Zahl Nummer 1. 32. Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Männer kann man überreden, Frauen muss man überzeugen. Hier die nächste Zahl, die überzeugt mich persönlich. Die 45. Männer und Frauen ticken und tippen anders. Also Männer bevorzugen Muster und Frauen eher Glückszahlen oder persönliche Daten beim Tippen. Zehn, unsere nächste Zahl. Und auch beim Gewinnen unterscheiden sich Männer und Frauen. Frauen könnten die Freude groß rausschreien und die Männer freuen sich eher still und leise. Die nächste Glückszahl, 16. Liebe Männer, seien Sie doch heute am Weltfrauentag mal aufmerksam zu Ihrer Dame des Herzens. Laden Sie sich doch mal ganz spontan zum Essen ein. Vielleicht fehlt zu einem schicken Mal nur noch diese Zahl. Die vorletzte, die 24. Männer und Frauen, ein endloses Thema. Hauptsache man nimmt's mit Humor. Und hier die sechste Zahl. 43. So, schauen Sie noch mal kurz drauf auf unsere 6 aus 49. Bevor hier unser nächstes Gerät jetzt zum Einsatz kommt und uns die Superzahl auswirft. Die brauchen Sie, um unseren 5 Millionen Jackpot zu knacken. Ziehung frei. Alle Kugeln in der Trommel. Insgesamt haben wir heute 31 Millionen Euro in der Ausspielung und im Jackpot, wie bereits erwähnt, 5 Millionen. Und an die können Sie rankommen mit folgender Superzahl. Hier kommt sie. Und ganz schnell sortieren wir Ihnen die Zahlen in die Reihenfolge. Hier sind die frischgezogenen Lottozahlen. 10, 16, 24, 32, 43, 45. Superzahl 9. Und sicher sind Sie auch schon gespannt, mit welchen Ziffern und Zahlen Sie heute in unseren Zusatzlotterien gewinnen. Die haben wir bereits im Vorfeld zur Liveziehung ermittelt. Hier kommt Spiel 77. 1, 1, 7, 2, 5, 5, 8, Super 6 gewinnt mit 4, 7, 6, 9, 1, 4. Alle Infos, alle Gewinnzahlen, alle Quoten finden Sie auf lotto.de. Das war Lotto am Weltfrauentag. Weiter geht's mit einem Mann, meinem Kollegen Chris Bleischauer. Er begrüßt Sie dann am Mittwoch um 18.25 Uhr an dieser Stelle. Schönen Abend noch. Tschüss. James. Dat er mit einem generations στα und ein Jesus ist. Alles sagen, wir gehen.